Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic ist noch nicht mal wirklich erschienen, beziehungsweise ist es nur der Pre-Page aktuell live. Das fertige Spiel kommt dann in nicht mehr, etwas mehr als einer Woche und Blizzard plant scheinbar schon das nächste Classic-Abenteuer. Denn wowhead.com hat berichtet, dass einige Spieler, vor allem im englischsprachigen Raum, E-Mails bekommen haben mit Umfragen, ob diese denn Interesse an Cataclysm Classic haben oder hätten. Ich habe das Ganze nicht bekommen. Normalerweise soll man laut Blizzard diese Bilder auch nicht veröffentlichen, also wenn man die Mail bekommen hat, aber ein paar Spiele haben es doch getan. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Hier sehen wir, also es gibt noch viele, viele mehr Fragen zu dem Thema. Ich habe jetzt nicht alles hier mit reingepackt, das hätte sonst ziemlich den Rahmen gesprengt. Aber wir sehen, erste Frage ist so ein bisschen, was würdet ihr gerne sehen nach Wrath of the Lich King Classic oder was soll das Team als nächstes machen? Dann die Erweiterung nach WOTLK war Cataclysm und sie hätten gerne Feedback zu den Features und Systemen von Cataclysm. Man soll sich zurückversetzen, wie war das damals, als das Spiel rauskam? Was war besser oder schlechter als andere Classic oder Retail-Produkte etc. pp. Dann wie gut vertraut man ist mit dem originalen Release von Cataclysm, also wenn ihr es damals gespielt habt. Dann sehen wir hier, Blizzard hat eine Übersicht gemacht, welche Features es damals gab und ja, wie gut man sich daran erinnern kann. Also wir hatten 10 neue Dungeons, 2 neue spielbare Rassen, Goblins und die Worgen. Wir hatten 5 neue Raids insgesamt, 7 neue Zonen, Accountweite Mounts und Pets, Archäologie als Beruf, Änderungen an der Arena, beispielsweise 5 gegen 5 wurde rausgenommen und hier haben wir nochmal Änderungen an Berufen, die Spezialisierungen in Lederverarbeitung, Schmiedekunst und Schneiderei wurde entfernt. Dann geht es hier noch weiter, Änderungen am Klassendesign, Interface Änderungen, also für die Sammlungen wie Pets, Mounts und so weiter. Das Dungeon Journal wurde eingefügt, ein Level-System für Gilden, was ich tatsächlich ganz cool finde. Neues Level-Cap, Quality of Life Änderungen wie AOE Looting, verbesserte Flugrouten, Änderungen am Questen und Leveln. Der Raid Finder wurde eingeführt, ich meine mich zu erinnern, das war mit Drachenseele, wo das Ding kam, also dass ihr den LFR gehen konntet. Es gab RBGs, Rated Battlegrounds. Das Reforging System wurde eingefügt, was ich auch sehr, sehr cool fahrende Änderungen am Talentsystem. Die Talentbäume wurden alle etwas kleiner und kompakter gehalten. Tollberat als Open PvP Zone wurde eingefügt, es gab Transmog und zusammengelegte Raid Loots und Lockouts, also im 10er und 25er. Dann gab es noch hier, wie interessiert man an den folgenden Features ist und hier haben wir nochmal was, wo es um dieselben geht mit dem zweiten Teil der Features. Alles in allem muss ich sagen, ich weiß nicht, ob die Leute wirklich richtig Bock auf Cataclassic hätten, weil es aus meiner Erfahrung damals nicht so gut wegkam, das Addon, vor allem nicht nach The Burning Crusade und WUTLK. Allerdings, so im Nachhinein fand ich das Addon gar nicht so schlecht. Also wenn wir uns nochmal die Features angucken, die Dungeons waren eigentlich allesamt ganz cool und was ich schön fand, dass wir auch zum Schluss nochmal drei neue bekommen haben. Das macht Blizzard ja gefühlt auch nicht mehr. Die Raids waren allesamt ziemlich gut. Die ersten drei fand ich überragend, Feuerlande auch, Drachenseele, naja, das war jetzt nicht so meins, aber war jetzt auch nicht schlecht. Die Zonen waren allesamt auch ganz cool. Man hat sich auch was Neues gewagt mit Tiefenheim und Vashir. Also Tiefenheim eine Zone unter der Erde quasi und Vashir eine Unterwasserzone. Dazu Mount Hajjal war wunderwunderschön, meiner Meinung nach. So Sachen wie Mounts und so weiter, Account-Wide war ziemlich cool. Und was für mich auch sehr, sehr nice war, ich fand das Level-System von Gilden sehr cool. Also darüber hattest du dann beispielsweise Mars Rätzes freigeschaltet. Die gab es damals noch nicht für die Heiler, sondern man konnte das dann nur über die Gilde machen. Man hatte einen Teleport, wo du, oder wo eine Person alle Gild-Member im Schlachtzug auf einen Ort transportieren konnte. Das war sehr, sehr geil. Es gab so Sachen wie, dass wenn die Gild-Member was looten an Gold, wird ein gewisser Prozentsatz auf die Gildenbank gepackt, sodass man immer ein bisschen Einkommen hatte. Also das fand ich schon alles ehrlich gesagt ganz nett. Es gab dann Händler, wo ihr Mounts kaufen konntet, je nach Fortschritt. Also es hatte sich gelohnt, da mit seiner Gilde zu bleiben. Der LFR, da streiten sich jetzt die Geister drüber. Ich finde die Einführung aber trotzdem gut, da so der Raid für eigentlich alle Personen zugänglich gemacht wurde. Auch für Leute, die keine Zeit haben zum Raiden. Und ich persönlich war ein großer Freund vom Umschmiedensystem. Da konntet ihr euch dann auf Slots, beziehungsweise, es ist ja immer so bei einer Klasse, habt ihr, weiß nicht, ein, zwei Secondary Slots, äh, Slots, ähm, Stats, die besser sind als andere. Und wenn ihr zum Beispiel Meisterschaft brauchtet und ihr hattet ein Item, wo Crit und Tempo drauf war, konntet ihr sagen, okay, das Item ist mit den Stats jetzt nicht so gut, ich schmiede die kritische Trefferwertung um in Meisterschaft. Dabei ist nicht die komplette Crit-Wertung verloren gegangen, sondern, ich weiß nicht, 60% oder so. Also man konnte nur einen gewissen Prozentsatz davon loswerden. Aber so konnte man eben Items, die nicht die besten Stats hatten, doch noch ziemlich brauchbar machen. Also das fand ich ehrlich gesagt ziemlich nice. Alles in allem war Cataclysm, finde ich, kein schlechtes Add-on. Aber es war auch nicht so gut wie zum Beispiel VUTLK. Deswegen, ich weiß nicht, ob Blizzard jetzt dauerhaft noch diese Classic-Server weiterführen sollte. Wenn sie es doch machen, fände ich es gut, wenn es wirklich für jede Erweiterung dann eigenes Server gibt. Also für Classic, für TPC-Classic, für VUTLK-Classic und dann immer neuen. Aber da weiß ich nicht, ob Blizzard das macht, ob ihnen das zu viel Arbeit ist oder, naja, wir werden sehen. Damit würde ich jetzt gerne wissen von euch, was haltet ihr davon? Hättet ihr Bock auf Cataclysm Classic oder eher nicht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und damit Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Reingehauen. 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 Bis zum nächsten Mal.